Da unten ist noch ein LKW, da steht noch ein ganz alter LKW, ganz schöne Schönheit, gell? Leute, mir ist es nicht wohl hier, ein riesen Teil, guck mal, wow, 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 eklig. Aber wir sind doch nicht hier. Also laut Google Maps, wenn wir das von oben betrachten, hier dahinter, noch was sein soll. In dem LKW drin steht ein Mottbrusch, wow. Willkommen zu diesem neuen Video, ihr Lieben. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Autofriedhof und ob wir da wirklich Autos finden. Ich gehe kaputt. Weiß ich nicht. Hier fängt es auf jeden Fall mal an. Hier steht ein alter Bagger, da hinten steht ein alter LKW und zwar von der deutschen Rechtsbahn. Die 50 L50 oder irgend so, was ist das? Genau, aber die können uns den hier mal genauer angucken, ob wir noch mehr sehen hier. Und was wir sehen, das weiß ich nicht. Da fängt es schon an hier. Der Bagger, der ist auch schon total rum. Kein Lenkrad mehr drin. Ich meine, der hat ja auch kein Lenkrad. Doch, der hat ein Lenkrad gehabt. Und dieser LKW hier, da kann man nicht reingucken, doch von Armseite vielleicht. In so einem Ding habe ich als Kind gespielt. Zwischen den Wörfern auf dem Wirtschaftsweg. Einen, der abgestellt war, da haben wir als Kinder drin gespielt in den Dingern. Echt? Da haben wir so einen Motor ausgebaut und haben hier die Karosserie alles stehen lassen. Da haben wir als Kinder drin rumgeklettert, gespielt. Ich weiß noch nicht, wenn wir hier runtergehen, gell? So ist es ganz ein steig, gell? Ich würde sagen, André, wir kämpfen uns jetzt mal ganz vorsichtig hier hinter. Und schauen mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir hier jetzt weiter was sehen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist natürlich, wenn wir auf dem Gelände sind, dass ein Hund oder so was kommt. Das wäre natürlich mega kacke, sag ich mal. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. So ein komisches Gerät, das ich nicht definieren kann. Du kannst nicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal weiter hinten rum. Ich will nur nicht, dass uns jemand hört, wenn man das inzwischen kommt. Ja, dann muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Ich habe ein kein gutes Gefühl hier. Da unten ist noch ein, da ist noch ein LKW. Da hinten ist eine Raupe. Bitten auf Gelände steht eine Raupe. So, schauen wir weiter. Ob das mal ein alter Schrottplatz braucht oder sowas. Ob das Gelände noch aktiv ist, das weiß ich eben nicht. Ich sehe hier noch einen Hänger. Da steht auch noch ein LKW. Da steht noch ein ganz alter LKW. Guck mal, da steht noch richtig alter. Da steht noch ganz, ganz alter LKW. Da unten auch. Wir gehen jetzt wo runter? Wie gehen wir jetzt runter? Das sehen wir. Jupp. Hier sind auf jeden Fall. Hier ist auch noch ein LKW. Klettern wir mal durch. Hier unten ist ein Weg, da könnte man lang fallen. Wir müssen auf diesen Weg hier runter kommen. Wenn wir auf den Weg hier runter kommen, dann können wir in Ruhe mal hier hinter laufen. Leute, mir ist es nicht drohend hier. Das hier steht der LKW. Da steht den alten. Da steht auch noch ein alter. Ich werde das mal schnell hier an die Ecke geben, falls jemand kommen sollte, dass ich mich gleich verstecken kann. Wir müssen irgendwie hier runter. Da hinten ist irgendwas gemauertes. Da kann man nachher mal hingucken. Ganz schöne Schönheit, gell. Das ist noch eine Raupe. Und noch ein LKW. Und ich würde sagen, wir gehen mal runter. Ich komm. Ja, wir müssen auf diesen Weg runter und dann müssen wir da irgendwie hoch. Ja, wir kommen aber da runter, oder? Jetzt müssen wir eigentlich nur den Weg hier runterlaufen. Was wir so sehen. Ich denke mal, viele Autos werden wir nicht mehr sehen. Aber noch zwei, drei LKWs. Und eventuell eine Baumaschine. Mal schauen. Und in diesem Wald hier verwachsen sind noch ein paar Baumaschinen. Ein paar LKWs. Das sieht aus wie ein Futter-Silo, gell. Guck mal. Hier steht noch... Genau. Hier steht noch ein LKW drin. Da gehen wir mal hin. Ein riesen Teil, guck mal. Ja, die waren doch übelst bullig, die Dinger. Früher. Der ist schon mega groß. Und vor allem hast du die Dinger nicht kaputt gemacht. Ja, das sind ja... Waren doch nicht großen, gell? Das ist kein Glück. Wie 50, wie 60 war reines DDR. Ja, aber guck mal. Das ist schon ein großer, ein großer, gell. Das ist so lange. Die lange Pritsche drin. Da drüben haben wir noch eine Walze. Ja, sehr schlammig halt. Boah, 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 eklisch. So, da haben wir hier diese Walze. Da steht zwar noch drauf, äh, Unternehmen. Aber das wird es nicht mehr geben, denke ich mal. Wir können ja mal hochklettern. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal oben. Könnt ihr euch das mal angucken, wie das noch früher hier aussah. Nun, könnte man dann hier loslegen. Kannst du gerade noch drehen? Kann man den drehen? Dreht er sich? Nee. Na, wird rum sein. Na, wenn, dann dreht er sich nicht so leicht. Das wäre viel zu leicht. Ja, wobei, das ist übrigens übersetzt, damit das leicht geht. So, ich muss wieder runterkommen. Nimmst du mal bitte die Kamera. Ja. Machst du halt mal ab. Guckt euch den Holger an. Wie eine Karzelle. Eine fette Karzelle. Eine alte fette Karzelle. Eine Fischkarzelle. Man nannte es auch Wal. Aber wir sind doch nicht hier. Da müssen wir aber hin. Ich würde sagen, durch alles trüb müssen wir da hoch. Wir müssen da rüber. Und dann noch mal schauen. Und wenn alle Informationen, die ich jetzt von der Karte gesehen habe, stimmen, liegt dahinter auch noch ein Friedhof. Ein Autofriedhof. Oder ein EKW-Friedhof. Oder irgendwas dergleichen. Und hier oben sind noch Schützkontainer aufgestattet. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Das ist natürlich auch mega interessant. So, ihr Lieben, bleibt dran auf jeden Fall. Wir vermuten nämlich, dass hinter den Hügel laut Karte, also laut Google Maps, wenn wir das von oben betrachten, hier dahinter, noch was sein soll. Das gute Stück hat auch schon bessere Tage gesehen hier. Guck mal, da liegt eine Schaufelbacke. Nee, das ist nicht. Ich dachte, das ist ein altes Fass. Warum müssen denn die doch immer so sein, dass man klettern tut? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich komm. Oh, oh, ich bin gespannt. So. Wir haben recht gehabt. Überm Berg ist noch mancher Arsch voll. LKWs. Gibt's doch gar nicht. Und die LKWs sind komplett eingewachsen. Das ist schon der Wahnsinn. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber Raritäten. Alter, immer ein. Lass uns mal schauen. Aber der ist so zugewachsen. Guck mal, der ist in der Schlafkapitel. Guck mal, der ist schon zugewachsen. Siehst du das? Die Tour ist schon in der Schlafkapitel drin. So lange steht der schon. Das ist schon reingewachsen. Das ist ja mal krass. Das ist total heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Das ist wirklich heftig. Ohne Seite offen sein. Der wird hier drüben offen sein. Hier auf der Seite. Oder die haben es eingedrückt. Die Tür hat es eingedrückt. So ihr Lieben, wir schauen jetzt noch mal ein Stück weiter. Vorsichtig. Weil hier drüben steht auch noch ein Wohnwagen. Hier drüben. Wir schauen mal. Hier hinter. So, hier steht noch ein alter Multicar. Hier ist das Führerhaus des Multicars. Ein Teil von der Multicar. Hier ist noch so ein kleiner Bagger. Das ist auch kein Multicar. Das ist was größeres. Hier sieht man ja noch die Armaturen drin. Das ist was größeres. Das ist schon eine größere ECAV wieder. Guckt euch das an, die ganzen Schätze, die hier stehen. Da ist wieder einer. Auf jeden Fall ist da schon das Wohngerät noch drin. Komm, wir gehen mal hier durch. Hier sind wir ein bisschen geschützter. Krass. LKWs, alle LKWs. Man kann sagen, das ist eigentlich ein DDR-LKW-Friedhof. Aber großen Teil. Hier, DDR-LKWs. Von allmöglichen Sorten. Hier mit Kran dran. Hier, da ist ein Trabi drin. In den LKW ist ein Trabi drin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja absolut Wahnsinn. Ich bin total geflascht hier schon wieder. Und immer gucken, ob hier jemand ist. Hier sind Teile. Aber es ist alles verwachsen. Hier ist nichts mehr gemacht worden. Nee. Hier ist alles komplett verwachsen. Ich meine, hier liegen zwar Teile rum. Aber wie gesagt, hier ist nichts passiert. André hat gesagt, er hat hier einen Wartbrusch gefunden. Ja. Und mich hier 311er oder sowas. Nee, danke. In dem LKW drin steht ein Wartbrusch. Ernsthaft, da steht er. Das ist ein Kombi. Das ist diese übelst geile Variante. Schau dir das an. Schau dir das an. Wahrhaftig. Schau dir das an. Wow. Ist der geil. Machst du mal Fotos hier von den Dingern? Dann kriegst du nie wieder die Fotos. Die musst du aber mal hier aufhalten. Dann musst du mal rein. Du musst mal reinklettern. Und mit Licht Fotos machen. Das kriegst du nie wieder sowas. Das gibt's doch gar nicht. So ein schöner alter Wartbrusch. So, nach unserem Wartbrusch rund gehen wir jetzt ein Stück weiter. Und dann sehen wir hier den nächsten LKW. DDR LKW. Hier ist nochmal so ein LKW. Alte Icarus. Was ist das? Achso, das hat man ja eben gesagt. Und auch wieder die lange Version. Die lange Version. Die bullige Version quasi. Ja. Hier hinten sind aber, ich habe gesehen, dahinter sind auch noch irgendwelche Container. Ja, das müssen wir mal gucken gleich. Geh mal den Hügel hoch und guck mal runter. Weil da hinten, guck mal. Siehst du es? Da hinten ist so ein Container. Und ich vermute mal, vielleicht sind da hinten auch noch welche. Ach. Echt jetzt? So ihr Lieben, das war der flasste LKW Friedhof. Ist kein Autofriedhof, ein LKW Friedhof. Sind vorgehend LKWs aus der DDR-Zeit hier. Mit Schätzen aus der DDR-Zeit. Drabi und Wartbrusch. Megageil. W50, L50. Wobei, ich muss zugeben, ich krieg's ja nicht aufeinander gehalten. Ja. Aber eins von beiden war auf jeden Fall mehrfacher Ausführung dort. Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aktiviert kostenlos die Knopke. Ist ganz wichtig. Irgendeiner Bock habt ein Erdruck. Wir sehen uns im nächsten Video. Findet ihr halt im Eimer. Ich sage dir auf morgens Wiedersehen. Ciao. Ciao.